Moin Moin ihr Lieben, da sind wir auch schon wieder. Ich weiß ja nicht, kennt einer von euch zufällig den Lehrfilm Gabelstapler... Wie ging das nochmal? Wie heißt der? Staplerfahrer Klaus heißt der. Staplerfahrer Klaus heißt der Film. Genau, jetzt weiß ich es wieder. Also kennt den einer von euch? Das ist wirklich ein wahres Meisterwerk der Filmgeschichte, kann ich nur sagen. Den kann ich nur jedem ans Herz legen. Ich weiß gerade gar nicht, was ich hier machen muss. Ich muss vermutlich da zu diesem blinkenden Schacht, aber vielleicht sollte ich da erstmal das Gitter rausziehen. Ja, ist, ähm, nein. Vermutlich gar keine so dumme Idee. Ja, also wenn ihr diesen Film nicht kennt und ihr auch schon alt genug seid, denn der Film ist nicht ohne, sag ich jetzt schon mal, dann guckt euch den doch mal an. Den kann man sich auch auf YouTube angucken. Und soweit ich weiß, ist das ein richtiger Lehrfilm für Gabelstaplerfahrer. Und wie ihr schon seht, bin ich weit davon entfernt, so einer zu werden. Ich hab das nicht ganz so gut drauf, aber ich hab dafür andere Qualitäten, würde ich mal behaupten. Hui, ein bisschen Slalom, so. Okay. Ist ja mal eine ganz witzige Aufgabe eigentlich, mal was anderes. Als immer nur, ähm, hoppala. Als immer nur der schnöde Kram, den wir schon gewohnt sind. Ähm, ja, jetzt hab ich die Kiste ein bisschen blöd verdreht. Ähm, ich komm mit der Steuerung nicht so ganz klar. So, und... Oh, 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 ich hab ein bisschen Angst, dass ich hier gerade eine Kiste verliere. Ja. Dachte es mir doch. Oh, Mann. Ich werde wohl niemals Gabelstaplerfahrer werden. Das scheint nicht so ganz meine Bestimmung zu sein. Ähm, ja. Ich will mal ganz kurz gucken, was da hinter den Kisten ist. Da geht es munter weiter. Rein theoretisch können wir da durch, aber irgendwie... ...möchte ich auch wissen, was da oben ist. Das wollt ihr doch sicherlich auch wissen, Freunde, oder? Ich möchte euch das ja eigentlich nur ungern vorenthalten. Wir versuchen uns jetzt einfach mal. Wir geben einfach mal unser Bestes hier. Als Staplerfahrer. So. Äh, äh, äh. Ja, es ist wirklich nicht so ganz... ...mein Fachgebiet. Das kann man schon sehr klar erkennen. Auch erst noch ein paar Minuten angucken. Wird das doch schon sehr deutlich, würde ich mal meinen. Hm. Wir sollten vielleicht mal ein schönes Thema hier anschlagen. In der Zeit, in der ich hier so munter rumkurve. Was meint ihr? Und zwar, was haltet ihr von den guten alten Weihnachtsklassikern? Also, ich rede jetzt von Songs. Oh, nee. Das geht da wieder nicht gut aus hier. Wie steht ihr beispielsweise zu Last Christmas? Das würde mich ja jetzt mal interessieren. Ich persönlich muss ja gestehen, ich bin irgendwie schon angetan von dem Lied. Wenn ich das nicht höre, dann bin ich auch nicht richtig in Weihnachtsstimmung. Habe ich festgestellt. Oh, ob das funktioniert hier. Das ist aber eine waghalsige Aktion. Höher geht das wohl nicht? Okay. Ähm. Ja. Kann ich nicht. Komm schon. Irgendwie muss das doch gehen hier. So. Komm. Ja, komm, lassen wir es einfach mal so. Kann man die Teile nicht auch mit E einfach... Nee, die sind zu schwer, ne? Ach, ist das doch alles doof hier. Habe ich aber auch echt gekonnt gestapelt. Oh, ja. Okay. Gleich so stabil die Konstruktion. Habe ich ja jetzt nicht mit gerechnet. Äh. Boah. Es ist wie immer sehr actiongeladen hier. Ui, 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 ui. Das ist ja fast schon spannender als Autoscooter. Fast schon spannender. Aber nur so ein bisschen. Uah. Bitte denkt nicht, dass ich ihn echt auch so fahre. Ja. Toll. Jetzt habe ich mich auch noch festgefahren, oder was? Was? Äh. Äh. Ah. Huch. Oh mein Gott. Was habe ich denn da angestellt? Das war ja jetzt mal überhaupt nicht geplant. Ich mache ja nur alles kaputt hier. Kaum bin ich mal irgendwo zu Besuch, mache ich Randale. Das ist typisch. Mann, oh Mann. Mann, oh Mann, oh Mann. Ne. Ähm. Und das hier mit den Blitzen, das behakt mir auch nicht so. Boah. Ich kam mit dem Ding gar nicht klar. Hm. Seid ihr eigentlich schon mal Trecker gefahren? Oh, scha- 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 Schietekacke. Ich habe das Ding noch oben. Oh Mann. Ich wäre so ein Klaus. Ich wäre so ein Klaus. Aber sowas von. Ich wäre so ein richtiger Klaus. Wie? Geht das gar nicht höher? Ach doch. Okay. Gut. 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 Das müsste doch... Da kommt sie doch jetzt bestimmt schon dran, oder? Ich verspreche euch, es geht bald besser weiter hier. Ist nicht alles immer nur Stapler fahren. Wollen wir es hoffen? Aber irgendwo ist es ja auch eine ganz witzige Geschichte, das mal in so ein Spiel einzubauen, oder? Was meint ihr? Weil... Ich meine, in welchem Spiel fährt man schon mal mit dem Gabelstapler? Und dann auch noch so gut wie ich. Wie habe ich den denn jetzt aufgekriegt? Okay, gar nicht. Okay. Ich merke schon. Oh Mann, oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Oh, 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 oh. Uah. Ach, Mensch, ey. Ist das herrlich. Bestimmt lacht ihr euch alle kaputt. Das ist ja der pure Wahnsinn, was ich hier betreibe. Boah, das geht ja mal gar nicht. Haha. Boah. Wie viel Zeit ich dafür verdaddle. So. Nein, bleib wo du bist. Du Kackding. Mach, was ich will, mach, was ich will. Schön langsam, schön langsam. So. So, 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 so. Gut. Und jetzt absetzen. Okay, Leute, wir haben es geschafft, würde ich mal behaupten. Jetzt müssen wir nur noch gucken, ob der Plan aufgeht. Ja, bitte nicht in die Kisten oder da drunter, sondern da drauf. Das wäre schon ganz gut. So, was ist hier schönes drin? Das ist genau so schäbig wie sein Ruf. Das musst du gerade sagen. Hm. Der Professor schreibt hier, dass König Arthus' Grab, über dem das Museum errichtet wurde, eine Fälschung ist. Ach was. Wenigstens weiß er, dass ein Museum nur für Touristen ist. Aber Professor Worth war sicher, dass der Sarkophag hier von Arthus' Zeitgenossen platziert wurde, um Diebe von der tatsächlichen Grabstätte abzulenken. Die es nicht gibt. Da ist der Professor aber anderer Meinung. Gut, das hat sich jetzt ungefähr mittelmäßig gelohnt. Ich glaube, das war ein Silberschatz, was ich da gerade aufgegabelt habe. Aufgegabelt? Hahaha. Voller Wortwitz wieder, bin ich. Total gut aufgelegt hier. Ja, und jetzt habe ich das so toll verbaut, dass ich hier gar nicht mehr wegkomme. Ist das super. Ist das denn zu glauben? Ah gut, jetzt geht es aber hier. Munter weiter geht es. Und was haben wir denn hier? Ja, das sieht mir ja aber gar nicht mehr nach Touristen-Attraktion auf. Damals entstand auch die Arthus-Legende. Der echte Arthus lebte aber fünf Jahrhunderte früher. Der Sarkophag ist also alt, aber nicht alt genug. Da drin könnte sonst wer liegen. Oder gar niemand. Nein, hier muss noch was anderes sein. Ja, habt ihr es gerade gesehen? Wir brauchen den Gabelstapler noch. Wir brauchen den blöden Gabelstapler noch. Boah, das ist ja hier total nach meinem Geschmack. Warum kann sie diese blöden Kisten nicht tragen, ey? Buch? Ey, warte mal. Sind das so coole Überraschungsartikel-Dinger? So, so, so. Silvestermäßig? Ach, nee, doch nicht. Schade. So, komm. Wir fetzen die Dinger einfach runter, weil ich jetzt wirklich zu faul bin, die zu stapeln. Und das will ja sowieso keiner sehen. Krabum. Hihi. Ich mache das, was ich am besten tue. Mist machen. Äh, nee. Ja, doch. Mist mache ich. Ha. So, und nach rechts. Und blöööö. Einmal runter. Yay. Da haben wir doch unsere Action. Ja. Und das war jetzt so nicht unbedingt geplant. wir müssen hier nämlich diese kisten weg transportieren denn man sieht ja schon vielleicht an der grafik ein bisschen dass diese steine da so besonders aussehen die leuchten schon fast im vergleich zu den anderen aber ich bin hier noch nicht richtig dran ich bin ich dann mal wegnehmen hier und dann müssen wir nur noch die zweite kiste auch noch wegnehmen und dann wäre die sache geritzt freunde dann wäre sie geritzt so es klappt alles wie soll naja so geht es auch was ist denn hier los heute ich krieg andauernd nachrichten nee oder muss ich das ding rammen ich glaube ich muss das rammen sogar oder ich glaube ich muss das ding rammen mit dem gabelstapler oder ich mach mal wieder mist kann natürlich auch sein das wird ja jetzt doch mal interessant hier der gabelstapler wird mir immer sympathischer okay die tür muss man doch irgendwie öffnen können ja und zwar entweder indem man sie zerstört oder indem man sie zieht oder irgendwie so nehmt das schon mal nicht okay ziehen kann man sie irgendwie auch nicht gibt es hier denn einen mechanismus die hat doch so komisch geblinkt wie kann man denn diese tür öffnen auch mit dem gabelstapler auch mit dem gabelstapler und bumm und bumm warum möchte das denn nicht okay ich habe noch eine letzte idee die bringt aber nicht wirklich viel gut Freunde dann würde ich mal sagen es geht morgen spannend weiter mit schöner gabelstapler action ich freue mich schon drauf ihr hoffentlich auch wir sehen uns dann macht's gut ts geht z z